Willkommen bei So geht das, mein Name ist Felix und ich werde euch heute drei Partywetten zeigen, die ihr auf jeden Fall gewinnen werdet. Das Einzige, was ihr dafür braucht, sind so Sachen, die man auf jeder Party findet, wie eine Flasche oder Geld. Und ja, fangen wir mal mit dem ersten Trick an. Für die erste Wette braucht ihr eine Flasche und einen Geldschein und ihr stellt die Flasche so auf den Geldschein und wettet mit eurem Gegenüber, dass er es nicht schafft, an den Geldschein zu kommen, ohne die Flasche zu berühren oder ohne, dass die Flasche umkippt. Die meisten werden jetzt wahrscheinlich einfach an dem Schein ziehen und versuchen dadurch möglichst schnell den Schein irgendwie unter der Flasche wegzuziehen, um an den Schein zu kommen. Aber was dabei passiert, ist folgendes. Die Flasche kippt um und damit wäre die Wette verloren. Ich zeige euch jetzt aber, wie das wirklich geht. Und zwar könnt ihr den Geldschein einfach aufrollen und dabei schiebt ihr die Flasche ganz leicht von dem Geldschein runter und berührt die Flasche nicht und kommt so an den Geldschein. Es gibt aber sogar auch noch eine zweite Möglichkeit und zwar könnt ihr auch einfach an den Geldschein ziehen und dabei auf den Tisch schlagen und schaut mal, was passiert. Durch die Vibration kippt die Flasche nicht um und ihr kommt auch einfach an den Geldschein. Für die zweite Wette braucht ihr eine Flasche, einen Geldschein und noch ein paar Münzen. Und der Aufbau ist der folgende. Ihr legt den Schein auf die Flasche und die Münzen darauf und nun gilt es wieder an den Geldschein zu kommen. Diesmal aber ohne, dass die Münzen irgendwie runterfallen und ohne, dass man die Münzen natürlich anfasst. Euer Gegenspieler wird wahrscheinlich wieder versuchen, einen Geldschein zu ziehen, aber das funktioniert natürlich nicht. Seht ihr? Die Münzen fallen runter und damit wäre die Wette verloren. Aber auch hier ist die Lösung viel einfacher, als man denkt. Nämlich, ihr müsst einfach mit eurer Handkante auf den Geldschein schlagen und ja, schaut einfach, was passiert. Ihr schlagt den Schein irgendwie runter und die Münzen bleiben auf der Flasche liegen und so habt ihr die Wette gewonnen. Kommen wir zur dritten Wette. Diesmal braucht ihr wieder eine Flasche, eine Visitenkarte und ein 1 Cent Stück. Ihr legt das 1 Cent Stück auf die Visitenkarte auf der Flasche und nun gilt es, dass die 1 Cent Münze in die Flasche kommen muss, ohne dass man die Visitenkarte anhebt. Um die Wette zu gewinnen, müsst ihr einfach nur gegen die Visitenkarte schnipsen. Und der Cent ist in der Flasche. Wie ihr seht, bin ich jetzt reich und wenn euch die Wetten gefallen haben, dann probiert sie doch einfach mal aus und schreibt mir in die Kommentare, ob es bei euch auch so gut funktioniert hat und ob ihr jetzt auch reich seid. Und ja, wenn ihr noch mehr davon sehen wollt, dann abonniert diesen Kanal und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, euer Felix und tschüss.